Die Fachbranche trifft sich in Düsseldorf zur Drupa. Die internationale Leitmesse für Print- und Cross-Media-Solutions steht unter dem Motto Touch the Future. Hier präsentieren sich nicht nur internationale Global Player und Marktführer, sondern auch neue und innovative Firmen aus der ganzen Welt. Warum sind Sie denn hier? Warum ist es so wichtig hier auf der Drupa zu sein? Das ist so ein Meeting Point, ein weltweiter, also der Vorteil ist, anstatt man nach Amerika geht, nach Australien geht oder Südamerika geht, man trifft sich hier in Düsseldorf. Wir sind interessierte Rentner. Ach, das ist ja interessant. Wir sind weit aus dem Gewerbe und ich bin schon das siebte Jahr im Ruhestand, aber trotzdem, Drupa ist immer noch interessant, man ist der Technik verbunden. Warum ist es wichtig, hier an der Drupa zu sein? Wir sind in der Pre-Press-Industrie, wir wollen wissen über die nächsten Technologien. Ich denke, dass Drupa eine andere Plattform ist besser als Drupa. Es ist die größte Erinnerung im Weltall. Es ist wichtig, die Kunden zu sehen, die neue Maschinen und alles. Es ist die größte Erinnerung im Printing globalen? Es ist geografisch, es ist im Zentrum des Weltes und es ist die größte Erinnerung im Weltall. Also, die Menschen von all around the globe werden hier. Es wird eine Chance, zu treffen, neue Menschen und zu treffen, mit alten Verwerbs. Es ist eine gute Möglichkeit. Das ist das größte Erinnerung im Printing-Industrie. Es ist wirklich gut. Denn es ist ein Zentrum für all die Dinge, die mit der Grafik-Arts-Industrie. Ich kann alles, die Technologien aufbauen, als auch zu treffen, die Leute, die ich wusste, von überall auf der Welt. Denn wir können alle Lösungen finden, alle größten Verhandlungen in dieser Show finden. Es ist ein Exhibition für die Packaging Industrie, und wir sehen die Zukunft. Das ist ein tolles Ort für hier zu sein. Ja, das ist fantastisch. Drupa. Stay Connected.